Dein Lieblingskreuz ist riesig hier zu sein. Guck mal, du bist ja so eine Süße hier. Richtige Süße, wie heißt du da mit dem Shirt? Sophie? Sophie, wie alt bist du? Neun? Was ist dein Lieblingstier? Hase? Dann machen wir jetzt einen Song für dich. Sophia und Hase. Sophia heißt du, ne? Sophie und Hase. Wie alt bist du? Christoban, gib was Romantisches. Sophia, Sophie. Hör mir zu, ich sag Sophie. Hör mir zu, ich sag Sophie. Mit deiner schönen Auge. Du bist so süß. Ich sag Sophie. Ja du liebst Hasen. Und sie machen, guck mal, hau vallau. Das machen sie. Und ich sag Sophie. Wie soll es liegen? Sie ist nun Jahre. Und jetzt brauche ich euch ein Liebling. Ihr wisst, wir schreiben mir einen Song. Normalerweise macht das Montus, mein Bruder, der ist auch hier. Aber heute müssen wir das machen. Er hat mir ein bisschen was beigebracht. Sagen wir es so. Der Refrain geht so. Sie heißt Sophie. Und der Refrain geht so. Ja wir singen Sophie. Kriegt ihr das hin? Ja wir singen Sophie. Und ja wir singen Sophie. Und ja wir singen Sophie. Das Lied ist auch für dich. Und ja wir singen Sophie. Und ja wir singen Sophie. Für mich hat das noch niemand. Wir waren schon nie. Applaus für die kleine Sophie. Oh Sophie. Sophie. Hat es dir gefallen Sophie? Ja? Sehr schön.